Moin liebe Leute, da ich jetzt schon 3900... Nicht wundern, ich hab mir die... Fak... Nicht wundern, ich hab mir die Fakten-Themen von dem... Nicht wundern, ich hab mir die Fakten-Themen von den... Nicht wundern, ich hab mir die Fakten-Themen von den Jungs von... Nicht wundern, ich hab mir die Fakten... Nicht wundern, ich hab mir die Fakten-Themen von den Jungs von Apecrime einfach mal ausge... Was? Nein! Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, hohe Ke... Zu einer weiteren Folge... Okay... Ich lass laufen, wir machen uns ein Outtake-Video auf dem anderen Kanal. Da kommen ja andere... So, nochmal... Mein Daumen knackt... Egal... Stopp! Stopp! Jetzt rein, ey! Ich dachte gerade an diesen... Ich dachte gerade an diesen... ...den alten, die Sportreporter im... Stopp! Ich kann so nicht arbeiten... Ich lass... Ich lass laufen... Ich lass laufen... Ich lass laufen... Okay... 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 Warte... Drei... Stopp! Ich sitz hier in meiner eigenen Rotse... Ich sitz hier in meiner eigenen Rotse... So... Ich... 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 Drei... Zwei... Moin, liebe Leute, und... Was? Ich komm her... Komm schon... Es geht wieder so los wie letztes Mal... Soll es total ernst nehmen... Moin, liebe Leute, herzlichen Willkommen zu einer weiteren Folge... ...Hocabs... In diesem Format soll zum Unnütze Wissen gehen, okay? Ich dachte gerade so... Meinst du das ernst? Meinst du das ernst? Moin, liebe Leute... Moin, liebe Leute... Willkommen zu einer neuen Folge hoch her... Ohne... Okay... Moin, liebe Leute... Moin, moin, was geht? Okay... Drei... Zwei... Moin, liebe Leute... Und weiter... Moin, liebe Leute... Und weiter... Und gleich der nächste... So, gleich mach ihn aber neu an... Naja, ansonsten kratzt ja das halbe Video weg... Aber das sind die Outtakes... Die sind geil, oder nicht? Ja... Kannst du... Hilfst du mir aber auch nochmal? Bei dem anderen... Okay... Jetzt geht's... Dann müssen wir dann auch am Ende eine Infocard machen... Ja... Und dann sagen wir noch... Wenn ihr die Outtakes von diesem Video sehen wollt... Kriegt ihr da oben rechts... Okay... Und dann... Boom... Drei... Boom... Explosion... Das ist nur die Ansage... Und ich krieg's nicht hin... Das war gestern auch schon so... Moin, liebe Leute... Und willkommen zu einer weiteren Folge von... Who Cares... Für die Leute, die es noch nicht wissen... Hier soll's um unnützes Wissen gehen... Und das werden ja wahrscheinlich die meisten noch nicht wissen... Scheine Ansage... Nochmal... Moin, liebe Leute... Und weiter... Moin, liebe Leute... Und herzlich willkommen zu... Moin, liebe... Moin, liebe... So verwirre ich mir nicht hin... Dies ist ein Telefon... Zertig... Ja, ist der Fakt... Dies ist ein Telefon... Moin, liebe Leute... Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Who Cares... Hier soll's um unnützes Werte... He... Moin, liebe Leute... Moin, liebe Leute... Ich bin's wieder... Wie komisch das gerade aussah, Alter... Und zwar... Ich wüsste gern, wie die Schmerzrezeptoren bei Cerebralparese funktionieren... Und zwar... Ich wüsste gern, wie die Cerebralparese bei Cerebralparese funktionieren... Und zwar... Ich wüsste... Ich wüsste... Ich wüsste... Und zwar... Also wenn ich jetzt... Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel... Ich wüsste... Ich wüsste...